Hallo Leute, ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dem kleinen Get Ready, das jetzt folgt. Ich zeige euch meinen Alltagslook mal wieder, da sich ein bisschen verändert hat. Mit am meisten Drogerie-Produkten, zufälligerweise. Von daher habe ich es jetzt so genannt. Es kommen einige Produkte auch vor, die nicht Drogerie sind, aber die sind ja schnell austauschbar. Darum geht es jetzt gar nicht. Es sind nicht unbedingt wichtige Dinge. Aber ja, ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. 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 bis год. Bis gleich. Bis. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.